Hallo und herzlich willkommen hier auf Taschenpcs.de zu einem neuen Video. Heute geht es um das Review von den Microsoft Lumia 532. Das Gerät hier, wir hatten es ja vor einiger Zeit zugeschickt bekommen von Microsoft. Nochmal danke da schön dafür. Und ja, Unboxing habt ihr hoffentlich verfolgt und deswegen gibt es heute das Review. Das Handy gibt es für 99 Euro UVP. Das heißt, ich habe es auch, das ist wichtig zu sagen, unter diesem Gesichtspunkt getestet. Fangen wir erst mal mit den Pros an. Das erste Pros ist ein kleines, kompaktes Smartphone. Ja, wiegt wenig, liegt gut in der Hand. Man kommt schön an die Seitentasten hier. Locktaste und lauter leiser Taste. Bildschirm hat auch eine, finde ich, gute Größe. Damit kann man arbeiten, man kann damit eine SMS schreiben, man kann damit eine E-Mail schreiben. Also dafür reicht das locker. Klar, die Bildschirmauflösung ist nicht HD. Das sieht man auch. Ich kann es euch ja mal zeigen, wenn ihr jetzt hier so seht. Also man sieht schon Unterschiede zu ganz normalem HD oder zum Beispiel Full HD. Das sieht man schon. Ja, da sieht man schon den Unterschied. Aber ansonsten, ja, für 99 Euro, gut, da erwarte ich nicht viel. Und dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und vom Bildschirm her war ich auf das gefasst. Also das fand ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Wobei man sagen muss, also so ein klein bisschen hochdrehen, die Auflösung könnte man schon. Ist halt angenehmer für die Augen, sage ich mal so. Der nächste Punkt ist der Akku. Der Akku ist Bombe. Hat, da mit 1500 mAh waren das so oben den Dreh. Okay, jetzt werden wir euch sagen, ja, das ist ganz schön wenig. Na gut, dieses Handy ist klein. Die Hardware, die verbaut ist, braucht auch nicht so viel. Also braucht ja auch nicht so einen starken Akku. Und ich komme damit locker zwei Tage hin, ohne aufzuladen, wenn ich es normal nutze. Also WhatsApp, Facebook, Instagram und solche Sachen. Damit hält der Akku locker. Ich meine, ich habe es gestern zum letzten Mal aufgeladen und habe jetzt immer noch, na, wird da wohl mal fokussieren, 49% Akku. Also, ich meine, da kann man schon ganz gut mit arbeiten. Vor allem ist es halt so ein Handy, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sind ja jetzt gerade von der CeBIT wiedergekommen. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit da benutze und dann auch was twittere, dass ich dann abends, falls ich es mal immer noch benutzen kann, wenn ich jetzt im Restaurant sitze oder so und dann immer noch was machen will bei manchen Handys, da kann man zwar den ganzen Tag twittern, aber dann muss man am Ende, so was weiß ich, ab 22 Uhr aufladen und kann nicht mehr nochmal essen gehen oder sowas. Da hat das Handy echt Eindrücke bei mir hinterlassen, finde ich. Dein weiterer Poluspunkt, finde ich, ist Cortana. Haben nicht viele Handys. Also, Kumpel von Fabius, der hat ja das ATV-S und da ist Cortana noch nicht verfügbar. Hier habe ich Cortana. Es ist ganz lustig, mal damit so rumzuspielen. Ist halt sowas ähnliches, sagen wir oben hier mal wie, oh, da ist das Mikrofon abgerutscht, tut mir leid. Ist halt sowas in der Art wie, ja, Siri nur ein bisschen anders, nur halt Cortana. Ja, und finde ich halt echt schön, macht Spaß, das mal zu testen. Dann, was ich auch ziemlich cool finde, sind diese kapazitiven Tasten, also das sind die eingebauten hier. Zurück, Windows-Taste und Suche. Sowas mag ich einfach. Ich finde es persönlich ziemlich cool, wenn die hier so drauf sind und nicht hier auf dem Bildschirm, wie zum Beispiel bei 535. Das finde ich persönlich als angenehmer. So, vorhin habe ich ja mal die Hardware kurz erwähnt und für 99 Euro ist der echt gute Hardware verbaut, wo man ganz anständig was machen kann. Also, wie unter den Voraussetzungen WhatsApp, Twitter und sowas. Zum Beispiel ist da ein Qualcomm Snapdragon 200, also eine Quad-Core mit 1,2 GHz und 8 GB Speicher, also Innenspeicher. Und 1 GB RAM. Damit kann man arbeiten, wurde ich auch nicht enttäuscht, also es hat nicht gehongen oder was weiß ich was. Das hat schon ziemlich Spaß gemacht. Was auch ziemlich cool ist, man kann den Speicher erweitern bis zu 128 GB mit einer MicroSD. Das fand ich auch nicht schlecht, weil es ist immer noch, also es ist 8 GB, ich habe es ja gerade gesagt, sind schon ein bisschen wenig. Ähm, wobei, wenn man das jetzt als normales Handy benutzt, einfach nichts draufzieht, nur als Telefonieren und SMS und WhatsApp zum Beispiel vielleicht noch, dann reicht das. Aber wenn man jetzt so ein bisschen Musik drauf machen will, Bilder und so weiter, dann sind das zu wenig und deswegen finde ich es geil, dass man das erweitern kann. Bin ich ein Fan von sowas, finde ich gut. Ähm, was ich auch noch gut finde, ist der Akku, habe ich ja schon gesagt, aber den kann man austauschen, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Finde ich auch gut, weil so ein Akku verliert auch an Leistung und wenn man den halt austauschen kann, ähm, finde ich auch sowas äußerst gut. Gut, so, dann kommen wir zu den Kontrast, die habe ich auch, ähm, die Kameras sind echt nicht gut, also die Front-, äh, die Hinterkamera, also die hier, ne, die hat nur 5 Megapixel und keine Ahnung, die hat unter einem gefühlt. Also die, das ist, die ist echt nicht gut, aber, ähm, wenn man das jetzt mal unter diesem Standpunkt wieder mit 99 Euro, ist das komplett ausreichend, finde ich persönlich. Vielleicht haben da andere von euch eine, ja, andere Ansicht zu diesem Thema, aber ich persönlich finde es, äh, vollkommen okay für diesen Preis. Was ich halt nicht so geil fand und, ähm, das hat auch nichts mit dem Preissert zu tun oder anderes, ist, wie man das hinten abmacht. Das ist wirklich echt kacke, man muss hier drücken und dann muss man hier oben das so abziehen und das ist echt, äh, mühsam und schwer, damit ich das aufmachen kann und abmachen kann. Finde ich nicht so eine schöne Lösung, man hätte, was weiß ich, ganz simpel, ähm, ja, keine Ahnung, hier so einen kleinen Ding, dass man den Fingernagel reinsteckt und dann das so runterzieht. Haben wir viele Handys, also das ist jetzt, finde ich jetzt wirklich echt nicht schön gelöst von Microsoft an dieser Stelle, ähm, finde ich, wie gesagt, echt nicht schön. Vor allem, es ist halt, wenn man mal schnell den Akku wechseln muss oder was weiß ich, was ist das eine wirkliche Friemelarbeit und darauf hat man ja wirklich im Normalfall keine Lust. Kommen wir zum Fazit. Also das Fazit ist, ähm, positiv, es ist ein wirklich gutes Mutti-Handy. Ähm, gut, es gibt viele Mütter, die halt sagen sich, ich brauche kein Smartphone, ich bin, bleib bei meinem anderen, zu meinem, ähm, ja, bei meinem alten Nokia oder was weiß ich was. Das funktioniert, da hält der Akku und, ähm, ja, hier ist es jetzt so, der Akku hält auch lange. Wenn man das jetzt nicht viel benutzt, wenn man ab und zu mal eine SMS schreibt, hier mal eine Telefonat führt, dann hält der Akku bestimmt auch länger. Ja, nur, man muss halt jetzt gucken, wenn man dieses Handy, das sind 99 Euro, kann man seiner Mutter echt mal kaufen. Also das ist wirklich so ein Handy, wo ich sagen würde, ja Mutter, das kauf ich dir mal. Damit kannst du deine zwei so Dokuspielchen spielen, da kannst du mal WhatsApp schreiben, weil wer von uns schreibt, also von unserer Generation, nennen wir mich jetzt das einfach mal, schreibt noch eine SMS. Das heißt, jeder hat WhatsApp, jeder tippt mit WhatsApp eben schnell, äh, eine Nachricht und SMS, die manchmal weiß, wissen wir noch nicht mal, wo dieses Symbol überhaupt ist. Ähm, da kann man echt sagen, das ist so, da kann die Mutter dann dir eine WhatsApp schreiben, telefonieren, mal auch ihre E-Mails abrufen und vor allem, das ist ja das super, finde ich ja, Microsoft, wenn man selber Windows daheim auf dem PC hat, dann ist das halt mit den E-Mails und Kalender und Kontakte, alles synchronisiert, kann man alles synchronisieren und, äh, da braucht die Mutter auch nicht viel umstecken mit, ja, ja, umstecken mit der SIM und so weiter. Ähm, also das finde ich echt super. Also, wie gesagt, einfach ein klassisches Mutti-Handy, kostet nicht wenig, hält viel, einfach top. Das war's von dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, ähm, lasst doch eine Bewertung da, am liebsten wäre mir eine positive Bewertung, aber ihr könnt ja, wenn ihr es begründet, auch eine negative geben, ähm, wir nicht vergessen die Kommentare oder ein Abo, wenn ihr neu seid, guckt euch auf jeden Fall die CeBIT-Videos an, ähm, und, ja, deshalb, haut rein, macht's gut und ciao.